So, sorry, da war ich wohl zu aufgeregt bei der Aufnahme, dass ich glatt vergessen habe, den Spiel-Sound aufzunehmen. Ich hoffe, dass ihr damit zurechtkommt. Ich denke, ich habe da jetzt dem Spiel ähnliche Musik oder vielleicht sogar Musik aus dem Spiel unterlegt. Und wünsche euch viel Spaß. Tschüss. Also nicht tschüss. Ich wünsche euch viel Spaß und guckt euch das Video an. So, Hallöchen und willkommen zurück hier bei den Gianna Sisters mit den verrückten Träumen. Und ja, das ist die erste Aufnahme mit dem neuen Mikrofon. Ich hoffe, das hört man. Naja, zumindest hoffe ich, dass das Mikrofon keine Fehler verursacht wie das alte, deswegen muss das ja leider weg. Ich nehme jetzt hier ganz schnell auf, damit ich möglichst bald wieder Folgen habe, denn das war das langsamste Paket, das ich jemals bekommen habe. Also, ich starte jetzt einfach mal und rede nicht mehr über den ganzen Krempe hier. Ja, sehr gut. Ach, ich habe hier jetzt schon echt eine Weile nicht mehr gespielt. Deswegen muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden, aber das klappt ja ganz gut. Oh, die durfte ich nicht berühren. Na, komm schon. Komm schon. Du alter Uppsala. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kann man doch nicht, das kann man doch nicht von mir verlangen. Äh, oh. Habe ich ein Kristall ausgelassen? Da nicht. Oh, oh, das sehe ich doch schon. Dass ich sterben werde. Ne, das habe ich eigentlich nicht gesehen, aber... Na gut, wie man, wenn jemand, der hier schon öfter mal zugeguckt hat, weiß, dass sich das einfach nicht vermeiden lässt. So, guck, da haben wir den Kristall wenigstens gekriegt. So, dem hier auf den Kopf springen. Und dem hier auch auf den Kopf. Ah. Oh, oh. Na, komm schon. Na. Okay, das war vielleicht ein Fehler. Ach ja, ach ja. Ich höre mich überhaupt gar nicht mehr selbst. Das ist jetzt ein bisschen ungewohnt, weil ich mich jetzt schon daran gewöhnt habe, mich selbst zu hören. Na, super. Ähm, na ja. Vielleicht kriege ich das ja auch noch hin. Nur, dann habe ich wahrscheinlich irgendeine Verzückung. Ich will ja auch jetzt gar nicht über das Mikrofon quatschen. Sondern hier das Spiel genießen. Hupsala. Oh. Ah. Na. Was? Ach, ich. Ähm, ja. Hup. Hätte ich fast übersehen, weil der sich dahinter den Stein versteckt hat. Die linke Sau. Na. Hup. Ah. Ja, so. Na, komm schon. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Und in Sicherheit. Ach, guck mal hier. Direkt vor der Truhe. Direkt immer, also ich bin immer direkt vor der Truhe hier gestorben. Das natürlich, äh, freut einen doch. Na. Ah. So. Na. Na, das wäre fast falsch gewesen. Na gut, aber das hat ja gut geklappt. Na. Bis auf die Tatsache, dass ich am Ende, während ich schon raus war, gestorben bin. Das musst du auch erst mal bringen. Oh, Häschen. Na. Na, super. Ei, ei, ei. Na, was haben wir denn hier? Den Ausgang. Oh, na. Ui, 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 ui. Da könnt ihr mal sehen. Wer es hier drauf hat. Nämlich ich auf gar keinen Fall. Siehste? Ui. Ich hasse die Piranhas. Haha. Oh. Hm, mehr Glück als, äh, Verstand. Ups, das war auch mehr Glück als Verstand. Upsala. Na. Oh, oh, oh. Ähm. Okay, da haben wir also so einen Kollegen. Ich hoffe, der hilft mir jetzt. Tut er. Na, ich bin doch hier drauf. Nein. Ja. Ja, so will ich es haben. Ja. Ist hier eine Plattform? Ja. Ich habe gerade schon überlegt, wie geht es denn hier weiter? So nicht. Ja. Ja, genau. Das sehe ich genauso wie du. Hep. Und hoppala. Hier unten sind doch Kristalle. Das kann mir doch keiner vormachen. Oh nein. Jetzt muss ich den ganzen Weg noch. Oh, ha, 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 ha. Huiuiuiuiui. Da habe ich gerade mich schon einige Tote sterben sehen. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Okay. The wrong test habe ich gedrückt. Also Taste. Na, willst du wohl auf dem Landen hier? Na gut. So geht es auch. Hep. 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 Habe ich gesagt. So. Na. Oh. Die habe ich nicht gesehen. Heieieieiei. Na, komm schon. Na. Oben drauf. Dann halt so. Na. Und jetzt lauf. Oh, das hat geklappt. Bin ich ein bisschen stolz auch. Muss ich ja sagen. So, hier unten gibt es doch was. Sonst wäre hier doch nicht das Vieh. Ach, anscheinend kann man da später von unten hoch. Na gut. Oh nein. Okay. Oha. Sag ich da mal. So. Wahrscheinlich kommen wir hier jetzt dahin, wo wir gerade. Ähm. Ach, guck mal. So. Hoppala. Oh. Na. Hier. Komm. Na. So. Nein. Das. Ah. Das ist dieses Spiel. Hast du, der hat mich, die hast mich. Na. Oh, oh, oh. Oh. Ja, wie schon gesagt, hier hasst irgendwer den anderen und ich hasse dieses Spiel nicht. Guck mal hier. Punkte! Diamanten! Na, die gleiche Stelle, ey. So. Ich hab heimlich, so, ich hab heimlich im Internet, da gibt's sowas, das nennt sich YouTube. Da hab ich mal geguckt und da gibt's Leute, die machen einen Speedrun. Moment mal, hab ich das nicht schon erzählt? Na ja, auf jeden Fall machen die einen Speedrun von dem Spiel und da war ich echt frustriert, als ich das gesehen hab. Weil, Speedrun ist das hier nicht. Soviel sei mal verraten. So, wozu ist da vorne der Kollege? Ah, dafür. Oh, da wär ich fast draufgegangen. Ähm, genau. Na. Ich glaube, hier haben wir, ähm, alles eingesammelt, ne? Okay. Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Wie gemein, dass hier so ein Ding ist. Also, äh, so eine Kiste. Obwohl, wahrscheinlich nicht. Ja. Nein. Doch. Oh. Hepp. Und. Hepp. Und nein, jetzt muss ich das hier nochmal machen, oder was? Wo ist die Plattform? Da ist die Plattform. Oh, oh. Okay, das war voll gemein. Genauso wie das. Na gut, das war vielleicht einfach hoppala. Nur schlecht. Äh. Nicht wirklich, oder? Wie soll ich das machen? Ich habe einfach große Angst vor den Piranhas. Das ist so meine Kindheits- Wendetta. Okay. Ach nee, das waren ja gar keine Piranhas. Aber die sind genauso fies. Oh, oh. Oh, oh. Mhm. Okay. Das ist ja gemein. Das Problem ist, was einige vielleicht wissen, ist, dass ich überhaupt gar nicht mit dem Feuerball da an den Wänden zurechtkomme. Das wird auf jeden Fall große Konzentration und Überwindung kosten. Hm. Wow. Ich bin begeistert. Jetzt muss ich das nur noch so... Oh, oh nein. Ach, ja. Warte, ich bin doch... Ich habe doch gewechselt. Ihr Schweine. Nein, liebe Entwickler. Ach, guck mal. Ist gar nicht so schwer. Man muss nur ganz... ganz tüchtig auf den Controller drücken. Na. Na, super. Da bin ich... habe ich einfach... Ne? Wirst du schon. Nein. So. Jetzt erst mal hier so. Oh, oh, oh. Oh nein. Hoffentlich nicht nochmal diese Spielerei hier. Ne. Oh. Checkpoint. Erstmal... Erstmal verschnaufen. Ei, ei, ei. Dieses Spiel macht mich kaputt. Ich will es ja auch schaffen, ne? Aber... Leicht ist das nicht. Ne, ne. Okay. Oh, oh. Okay. Voll gemein. Okay. Also weiter. Oh, da war ich wieder falsch. Habe ich natürlich wieder auch genau falsch geweckt. Ah. Oh. Boah. Ich könnte jetzt natürlich auch nur Laute sagen in dem ganzen verbleibenden Let's Play. Nur Laute wie A und Upp und Hoppala oder so. Wohl Hoppala gehört schon nicht mehr zu den Lauten, sondern zu den Leisen. Ha, 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 ha. Hm. Ha, ha, den habe ich noch erwischt. Den Igel. Der kein Igel ist, sondern ein Kugelfisch. Kugelfisch haben wir ja gelernt. Brennen gut. Äh, Kugelfische brennen gut. Nur platzen dabei, ne. So, das ist ja eigentlich kein Problem, wenn man hier einfach mitfährt. Guck mal eine an. Und das ist aber ein Problem. Ah, hätte ich drauf bleiben können. Mist. Hallo, ihr kleinen Igels. Oh, da war noch ein roter Kristall. Hm. Oh, Mann. Jedenfalls hat das einer in 50 Minuten geschafft. Mit allen Bossen und so. Und ich habe ja... Oh, oh. Wenn ich mal so überlege, ne. Habe ich... Habe ich 50 Minuten für die... Für den ersten Boss gebraucht. Ähm, hier rollen doch Steine. Und ich muss da hin, oder was? Yay. Puh, ich würde sagen, wir haben dieses Level geschafft. Und, äh, damit bedanke ich mich fürs Zusehen für heute. Und wir sehen uns hoffentlich... Moment, ich kann ja erstmal hier die Punkte machen, ne. Boah, eigentlich war es gar nicht so schlecht, ne. Wir haben nur zwei Geheimnisse gefunden, aber, äh, relativ viele Kristalle eingesammelt. Guck mal einen Hahn. Ja, ich muss sagen, zum Schluss war ich doch sehr darauf bedacht, äh, überhaupt nur durchzukommen. Aber, äh, was willst du machen, was willst du machen? So. Dann bedanke ich mich jetzt aber fürs Zuschauen für heute und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Nämlich morgen, wenn wir hier weiterspielen. Tschüss.